Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom AlpCast, dem Podcast für Bergsteigerinnen und Bergsteiger. Heute, wie ihr am Titel unschwer erkennen könnt, der K2 ist das allererste Mal aller Zeiten im Winter bestiegen worden. Heute möchte ich mich ein bisschen mit der Thematik auseinandersetzen, aber vor allen Dingen jetzt nicht konkret oder nicht nur konkret mit dem K2, sondern vor allen Dingen mit dem Stil und mit der Art, wie der K2 jetzt im Winter bestiegen wurde und warum das nicht so ganz unproblematisch ist. Naja, der K2 wurde jetzt erstmals im Winter bestiegen und zwar von 10 Nepalesen, darunter auch einigen Sherpas, die eben als Sherpas auf dieser Mission, Mission Impossible hat das Projekt geheißen, dabei waren. Und man muss sagen, es ist jetzt ein wirklicher Meilenstein, denn vor einer Woche noch sah es so aus, also Anfang der Woche sah es so aus, als würde das ganze Projekt jetzt den Bach runtergehen. Schließlich ging es mit einer Schlechtwetterfront dem ganzen Projekt an den Kragen. Und jetzt ist es aber tatsächlich geschafft. Jetzt ist der K2 bestiegen. 10 Nepalesen haben es auf den Gipfel geschafft. Wieso ist die Winterbesteigung des K2s denn so eine große Sache oder so eine große Sache gewesen? Naja, zuallererst muss man sagen, dass der K2 für einen 8000er definitiv unglaublich schwer ist. Also grundsätzlich für einen Berg ist er unglaublich schwer. Für einen 8000er ebenfalls. Er zählt zu den schwersten Bergen der Welt, beziehungsweise zu den schwersten, höchsten Bergen der Welt. Der K2 ist 8611 Meter hoch, ist der höchste Berg im Karakorum und der zweite höchste Berg der Welt. Aber seine Höhe ist eigentlich gar nicht das, was ihn so anspruchsvoll macht. Vor allen Dingen ist es die atmosphärenwissenschaftliche Seite des Berges. Beziehungsweise, um es vereinfacht auszudrücken, das Wetter ist ein ganz schönes Problem auf diesem Berg. Sowohl im Sommer als auch, also beziehungsweise sowohl in den Seasons, im Frühling und im Herbst, als auch natürlich jetzt im Winter besonders. Außerdem ist das Problem beim K2. Die Temperatur, die Lufttemperatur im Winter ist unglaublich niedrig. Also minus 40 Grad abwärts sind da sehr normal. Und dabei werden Windchill-Faktoren relativ selten berücksichtigt. Der Wind ist am K2 aber ebenfalls ein großes Problem. Nicht nur deshalb, weil es dadurch signifikant kälter wird, sondern vor allem auch, weil der Wind teilweise so stark ist, dass entsprechendes Equipment das oftmals nicht überlebt. So auch diese Woche zuletzt passiert am K2 in einem der Camps, als alles zerstört wurde dort. Trotzdem haben sie es jetzt geschafft. Und nach sehr, sehr vielen Versuchen und vor allen Dingen einer wirklich langen Vorbereitungszeit ist es jetzt endlich gelungen. Dabei ist dieser Versuch gar nicht der erste gewesen. Es gab schon diverse Fehlschläge in der Geschichte des Alpinismus, wenn es darum ging, den K2 im Winter zu besteigen. Die allererste Expedition liegt nämlich jetzt schon 33 Jahre zurück. Im Winter 1987 bis 1988. Da ging es nämlich darum, dass man ebenfalls über die Abruzzi-Route den K2 erstmals, nämlich von einem polnischen Team, beziehungsweise hauptsächlich Polen, ich glaube es waren dann noch Kanadier dabei und ich glaube Briten, da ging es das erste Mal dem K2 im Winter an den Kragen und beim Camp 3, glaube ich, war damals dann Schluss. Jetzt haben sie es bis an den Gipfel geschafft, 33 Jahre später, aber man muss sagen, auch dazwischen gab es schon diverse Versuche. Ich glaube insgesamt sechs Versuche hat es schon gegeben, den K2 im Winter zu besteigen und jetzt ist es endlich gelungen. Ich möchte, auch wenn es jetzt nicht so relevant ist, aber definitiv dazu gratulieren. So, jetzt sind die positiven Worte gefallen und ich würde sagen, jetzt ist es auch Zeit für etwas Kritik an dem Ganzen. Wer sich mit der Winter-Expedition des K2 ein wenig auseinandersetzt, wird herausfinden, dass dahinter eine wahnsinnige Logistik gesteckt hat. Nämlich eine Logistik, die aufgebaut wie alle anderen Expeditionen mit vielen Ärzten, vielen Trägern, Sherpas, in dem Fall waren es quasi Sherpas mit Sherpas und viel Organisation und so weiter, viel Sponsoring, vielen großen Herstellern, die mitgearbeitet haben, die mitgewirkt haben und viel finanzielle Unterstützung durch diverse Seiten. Nur so war diese Expedition überhaupt möglich. Das ist nichts Ungewöhnliches, das findet bei fast allen Expeditionen im gleichen Stil statt. Es unterscheidet übrigens diese Expedition auch nicht von den anderen Versuchen, den K2 im Winter zu besteigen. Also das ist ebenfalls keine Ausnahme, weder auf diesem noch auf anderen Bergen. Jetzt gibt es nur natürlich die Frage, was ist denn eigentlich hinter dieser Leistung, was versteckt sich denn da jetzt, was ist denn die Leistung? Jetzt könnte man sagen, naja, sie haben sehr tiefe Temperaturen ausgehalten, sie haben bergsteigerisches Können bewiesen, es ist nicht einfach, viele vereiste Felsflanken hochzuklettern, während sie im Sommer vielleicht nicht so vereist sind oder anders machbar sind. Aber wenn wir es runterbrechen auf die technischen Herausforderungen, dann ist natürlich eine expeditionsartige Unternehmung, wie dieser es nun mal war, definitiv nicht im höchsten Maße dramatisch, sondern durchaus machbar. Natürlich braucht es wirklich gute Bergsteiger, es braucht sehr gut akklimatisierte Bergsteiger. Die Sherpas hatten hier einen unglaublichen Vorteil, schließlich haben sie die genetischen Vorteile, auch auf sehr hoher Höhe schon immer zu leben und dementsprechend auch weniger Zeit für das Akklimatisieren zu brauchen. Aber grundsätzlich kann man sagen, die technischen Anforderungen sind in diesem Stil nicht gigantisch gewesen. Also da gibt es in den Alpen hier größere Herausforderungen als dort. Nun muss man das Ganze aber so ein bisschen als Big Picture betrachten. Also man kann nicht sagen, naja, also der Großglockner oder die Zugspitze, das sind viel schwierigere Berge, so funktioniert das natürlich nicht. Denn vor allen Dingen die enorme Höhe macht das Problem oder die große Herausforderung aus und die enorme Kälte. Nun denke ich da aber immer gerne an eine ganz bestimmte Besteigung, die mir immer im Kopf ist, wenn ich an solche Expeditionen denke, nämlich die Solo-Besteigung des Nanga Parbats von Reinhold Messner in den 70er Jahren. Warum kommt die mir in den Sinn? Diese Besteigung ist der Beweis dafür und viele weitere andere Solo-Besteigungen von verschiedenen Bergen im 8000er, 7000er und 8000er Segment sind der Beweis dafür, dass es mit abgespeckter Logistik, mit wenig Material, mit wenig Logistik, mit wenig Organisation und mit wenig Ausrüstung im Grunde genommen auch funktioniert, diese Berge zu besteigen. Und jetzt kann man sagen, ja gut, aber das war ja jetzt die Winterbesteigung. Das war ja jetzt insofern etwas Besonderes, als dass man nicht mal wusste, ob es möglich ist. Da muss ich ehrlicherweise gestehen, bin ich etwas voreingenommen. Ich denke, dass es nicht notwendig ist, dass alles möglich ist. Und der K2 war immer so ein bisschen auch ein Mysterium. Schließlich wusste man nicht, ob der im Winter bestiegen werden kann. Und man muss ehrlicherweise sagen, dass in der Geschichte des Alpinismus, vor allen Dingen, was das Höhenbergsteigen betrifft, eine gewisse Zurückhaltung, was enorme oder extreme Ansätze von wegen im Alpinstil diese Berge erst besteigen betrifft. Aber es gab auch Beweise dafür, dass das Ganze durchaus funktioniert. Zum Beispiel am Broad Peak von Hermann Buhl, die Erstbesteigung, die war definitiv keine groß angelegte Expedition, sondern eher eine Alpinstil-Unternehmung. Und genauso war es der Nanga Parbat. Und das waren alles keine Winterbesteigungen. Aber es ist der Beweis dafür, dass außerordentliche Leistungen auch im Alpinstil möglich sind. Und die Winterbesteigung des K2 ist genauso eine alpinistische Herausforderung gewesen, wie seinerzeit die Erstbesteigung des Everest, des Broad Peaks und so weiter. Der Everest hatte natürlich eine unglaubliche Organisation und eine unglaubliche Logistik dahinter. Klar, das kann man jetzt nicht als Beispiel für eine abgespeckte Logistik hernehmen. Aber es geht um die grundsätzliche Frage, ist es denn notwendig, einen Berg auf Krampf quasi als Expedition zu besteigen, als groß angelegte, organisatorisch herausfordernde Expedition? Liegt der Kern der Herausforderung nicht im alpinistischen Können der Bergsteiger? Ist nicht das eigentlich der Grund, warum wir oder zumindest die professionellen Alpinisten oder die Extrembergsteiger in die Berge gehen? Oder geht es doch um ganz was anderes? Diese Frage habe ich mir schon gestellt, als ich diese K2-Winterbesteigung im letzten Monat mitverfolgt habe. Schließlich sieht man viel von der Logistik. Und da stelle ich mir immer die Frage, ist nicht eigentlich die größte Herausforderung, alle Sachen beisammen zu haben, alle Fixseile, alle Steighilfen, alle Steigeisen, alle Medikamente immer parat und am richtigen Spot zu haben? Ist nicht das die viel größere Herausforderung im Vergleich zu der alpinistischen Leistung, weil eben durch diese Logistik die alpinistische Leistung beschnitten wird? Schließlich wäre der K2 eine unfassbare Herausforderung, wenn man ihn im Alpinstil besteigen würde, wenn man sich dazu entschließt und darauf einlässt, eine Herausforderung anzugehen, bei der tatsächlich nicht ansatzweise geklärt ist, ob es überhaupt möglich ist. Diese Baby-Steps, die auch auf den anderen Achttausenden gemacht wurden, zumindest teilweise, zum Beispiel am Everest, mit riesengroßen Expeditionen, und dann Schritt für Schritt wurde der Verzichts-Alpinismus eingeführt. Es wurde auf Logistik verzichtet, es wurde auf Sauerstoff verzichtet und so weiter. Es waren diese Baby-Schritte, die man gemacht hat, weil man wirklich mit minimalem Risiko diese Berge besteigen wollte. Aber man darf nicht vergessen, dass die Hintergründe hinter den Bergbesteigungen in den 50ern, 60ern und 70er Jahren auch einfach andere waren als heute. Heute steht der sportliche, die sportliche Herausforderung eher im Vordergrund, die alpinistische Herausforderung. Aber wenn man sich das jetzt so im Detail anschaut, ist es dann nicht eher eine logistische Herausforderung? Sind wir nicht schon viel zu weit weg von den alpinistischen Herausforderungen, wenn man es mit dem Bergsteigen der 70er Jahre in Patagonien vergleicht, wo durchaus unglaublich anspruchsvolle Berge stehen, die nicht in großen Expeditionen bestiegen worden sind? Wir haben mit dem K2 und der K2-Winterbesteigung irgendwie auch etwas verloren. So ein bisschen einen Mythos. So etwas Rätselhaftes. Und ich finde, wir hätten uns dieses Rätselhafte vielleicht behalten können. Nicht unbedingt müssen und auch nicht für alle Ewigkeit. Aber für mich persönlich ist es schwer, mich von dem Gedanken zu trennen, dass der K2 nicht im Winter bestiegen werden kann. Denn er kann es offensichtlich. Aber mir gefällt der Weg auch irgendwie nicht. Denn schließlich sind sie eben mit Fixseilen bis zum Gipfel und grundsätzlich mit großer Logistik und hauptsächlich mit Steighilfen über die schwersten Passagen drüber gekommen. Es gibt Videoaufnahmen, die das auch beweisen und belegen. Ehrlicherweise muss man sagen, dass das den Nepalesen aber auch egal war. Und ich kann nachvollziehen, warum es ihnen egal war. Schließlich ist für die Nepalesen, die auf dieser Expedition dabei sind, der Berg eine Herausforderung, die vor allen Dingen im Nachhinein eine große Publicity bringen wird. Viel Geld bringen wird. Und der Erfolg dieser Expedition auch irgendwo sehr zukunftsbestimmend war für diese Menschen. Den Menschen war das egal in diesem Moment, ob sie eine Steighilfe, die Steigklemmen mit dem Fixseil über die Steilflanken verwenden oder nicht. Denn es steht der Sieg im Vordergrund. Und ich musste in diesen Momenten, als ich das heute gelesen habe, vor allen Dingen die Posts, die Facebook-Posts der Sherpas, da musste ich so ein bisschen an die Meldungen und auch an die Tagebucheinträge von diversen Erstbesteigern von 8000ern denken in den 50ern und 60ern. Ich denke da an Edmund Hillary, ich denke da an Hermann Buhl und ich denke da teilweise auch an Reinhold Messner bei der Nanga-Pabat-Expedition über die Willi-Merkel, nein, nicht über die Willi-Merkel-Gedächtnis-Expedition, Entschuldigung, sondern bei der Erstbesteigung durch die Europalwand. Diese ganzen Expeditionen hatten miteinander gemeinsam, dass das Ziel war, diesen Berg zu besteigen und ihn irgendwie zu erreichen und es war eine Mission. Und das Ende der Mission war quasi, einen Eintrag im Geschichtsbuch zu schreiben und sich selbst damit zu einem Bergsteiger zu machen, sich selbst auch irgendwo einen Wunsch zu erfüllen, aber definitiv keinen alpinistischen, sondern mehr eine Aufgabe, die einem fast schon gesellschaftlich auferlegt worden ist. Ich habe jetzt hier leider keins der Tagebücher jetzt vor mir liegen, ich würde daraus wahnsinnig gerne zitieren, vielleicht müssen wir da eines Tages auch mal eine Lesestunde machen mit interessanten Passagen aus solchen Tagebüchern. Aber darum soll es jetzt auch gar nicht so im Detail gehen. Was ist denn die Magie hinter dem K2, hinter der Winter-Expedition gewesen? Natürlich einerseits die vielen Fehlschläge von den Russen, den Polen, den Kasachen, den Usbeken, den Kanadiern, den Kirgisen, den Spaniern, so viele Länder oder so viele Teams haben es bereits probiert. Niemand war erfolgreich. Die Nepalesen haben sich mit diesem Berg auch irgendwo aus dieser Sherpa-Träger, vielleicht auch hart formuliert Sklaven-Position rausmanövrieren können, hervorgehoben und stechen jetzt als Alpinisten raus. Ich sehe aber einen großen Unterschied, wenn ich diese Alpinisten mit Alpinisten wie einem Hermann Buhl aus der Vergangenheit, aber vielleicht auch einem David Lama, der noch nicht so weit zurückliegt, vergleiche. Das waren Menschen, die vor allen Dingen auf eigene Faust, mit eigener Planung und mit vollkommen alpinistischen Ansätzen die Berge besteigen wollten. Und ich glaube, ein David Lama wäre mit einer nicht geglückten Expedition glücklicher gewesen als mit einer geglückten, bei der der Berg so lange bearbeitet und manipuliert wird, bis er es rauf schafft. Ich möchte den, ich möchte nicht falsch verstanden werden. Ich möchte den Nepalesen nichts absprechen. Sie haben sich das hart erarbeitet. Sie waren die letzten 50, 60 Jahre mehr oder weniger Angestellte der westlichen Welt, wenn es um das Bergsteigen ging und dementsprechend bin ich es ihnen von ganzem Herzen vergönnt, dass sie die Besteigung endlich geschafft haben und gerade, dass es ein nepalesischer Erfolg war. Aber manche Medien sprechen hier jetzt schon wieder von Sieg und ich finde, man hat nichts gewonnen. Sieg ist eine komische Formulierung und sie kommt noch aus den Zeiten der 60er Jahre, aus den Zeiten eines Karl-Maria-Herlekoffer, ein sehr berühmter Expeditionsleiter, ein Deutscher, der, dem man durchaus eine gewisse Nähe zu, ja sagen wir mal, nationalistischen Ansätzen zusprechen kann. Man hat Berge nicht bestiegen, man hat über sie gesiegt, man hat quasi den Kampf gegen den Berg gewonnen. Es gab dann Bergsteiger wie Reinhard Messner, die sich von diesen Formulierungen ganz klar abgrenzen wollten. Ich möchte das an dieser Stelle auch tun, wir gewinnen nichts, wenn wir auf einen Berg gehen, das nur mal so nebenbei. Und ich bin auch der Meinung, dass selbst wenn man von Sieg sprechen möchte, darf man nicht vergessen, dass dieser Berg in diesem Stil oder in dieser Aufmachung, wie er hier steht, nicht bestiegen wurde. Und die Debatte loszutreten, was darf ich denn auf einem Berg und was nicht und wer legt das vor allen Dingen fest? Ich weiß, damit bringt man Steine ins Rollen, die man nicht mehr aufhalten kann. Und da gibt es sehr, sehr klare Haltungen von vielen Menschen. Aber ich glaube in erster Linie Folgendes. Alpinisten, die den Bergsport als etwas sehen, was eine Herausforderung, eine wirklich, eine Konfrontation mit Problemen und mit Problemlösung in einer sehr ausgesetzten und sehr gefährlichen Welt ist. Für diese Menschen ist die Besteigung eines Bergs mit Steighilfe und Leitern keine Art des Bergsteigens. Denn wir lösen Probleme im Bergsteigen nicht, indem wir sie einfach umgehen, sondern wir lösen Probleme, indem wir uns ihnen aussetzen und dann in der Situation anfangen, Lösungen zu kreieren mit unseren eigenen Fähigkeiten und mit unserem eigenen Können. Eine Leiter, wo aufzustellen, ist kein Können. Eine Leiter, wo aufzustellen, ist eine Problemlösung. Aber ich finde, Problemlösung allein ist eben nicht Bergsteigen. Probleme lösen auch Buchhalter, Probleme lösen auch CEOs und Probleme lösen auch Automechaniker, Bergsteiger lösen auch Probleme, aber sie setzen sich vor allen Dingen mit einer Problemstellung auseinander unter ganz bestimmten Voraussetzungen. Die Voraussetzungen sollten aber immer die gleichen sein. Die Voraussetzungen sollten immer sein, dass ich das, was ich habe und an mir tragen kann, als Mittel verwenden kann und sollte und nichts darüber hinaus. Das ist die Ansicht von typischen Alpinisten. Jetzt gibt es aber auch touristischere Ansätze und touristischere Bergsteiger. Die sagen dann, das ist vollkommen okay, dass man so eine Ausrüstung mit sich führt, wenn man den K2 besteigen will im Winter. Schließlich ist es das erste Mal und da sollte man alles an Ressourcen verwenden, was man hat, um eine erfolgreiche Expedition zu garantieren. Und da möchte ich jetzt eben einspringen und sagen, wieso ist das denn notwendig? Wieso muss denn diese Expedition unbedingt erfolgreich sein? Warum kann man nicht einfach sagen, wenn ihr es nicht im Alpin-Stil schafft, dann schafft ihr es einfach nicht? Es ist ein Unding meiner Meinung nach, dass es auf der Welt keine Märchen mehr geben kann, über Berge, die man nicht bestiegen hat und nur Fantasien den Gipfel eines Berges beschreiben und nicht Bilder auf Facebook. Vielleicht ist es aber auch einfach eine altmodische Vorstellung von mir, dass es Berge geben kann oder sollte, die einfach ein Rätsel bleiben. Ich finde, besonders schön ist ein Berg in Nepal namens Machapuchare. Man kennt ihn auch unter dem Namen Fishtail. Dieser Berg ist bis heute absolut unbestiegen, denn er ist, so wie alle Berge oder wie die meisten Berge für die Nepalesen ein heiliger Berg und dieser Berg wird bis heute als heilig berücksichtigt und darf deshalb auch nicht bestiegen werden. Der Machapuchare ist einer der schönsten Berge für mich. Nicht aufgrund seiner Form, ich finde der K2 ist ebenfalls ein wunderschöner Berg, aber er ist es vor allen Dingen deswegen, weil niemand, kein Mensch auf der Welt sagen kann, wie es am Gipfel vom Machapuchare ausschaut. Und das ist ein wahnsinnig schönes Bild, es ist ein wahnsinnig, es ist irgendwie ein wahnsinnig für mich persönlich befriedigendes Bild, das ich da vor mir habe, denn es ist der Beweis dafür, dass wir Menschen nicht alles können und wir nehmen den Bergen so ein bisschen diese Eigenschaft, dass sie uns zeigen, dass wir nicht alles können. Dinge so lange bearbeiten, bis sie passen, also was nicht passt, wird passend gemacht, dieser Ausspruch, der hat sich in den Bergen irgendwie im letzten Jahrzehnt oder in den letzten 20, 30 Jahren im Höhenbergsteigen etabliert und ich finde das wahnsinnig schade, denn die Herausforderung sollte dabei liegen, weniger Berge mit unglaublicheren Mitteln zu besteigen und unglaublich setze ich da unter Anführungszeichen, denn mit unglaublich meine ich unglaublich wenig Mitteln und dafür mit umso mehr Fähigkeiten. Als der Bergsteiger David Lama den Lunagerie bestiegen hat, dann war das ein unglaublich spezielles Abenteuer, denn er war komplett allein über eine neue Route auf den Lunagerie gestiegen und die Faszination, die öffentliche Faszination, sie blieb einfach aus. Natürlich gab es ein Red Bull Event dazu und natürlich haben Medien darüber berichtet und Bergsteigermagazine, aber es war kein Medienspektakel. Die erste Winterbesteigung des K2s ist hingegen ein Medienspektakel, das jetzt in den kommenden Tagen wahrscheinlich noch kommen wird. Die Erstbesteigung des Mount Everest ohne Sauerstoff durch Peter Habeler und Reinhold Messner war ein Medienspektakel. Was haben die Medienspektakel miteinander gemein? Die Garantie für die Gipfelbesteigung gab es nicht, aber die Chancen wurden so extrem erhöht, dass das Risiko es wert war. Das Risiko, dass es scheitert. Denn sie wussten, wenn sie das schaffen, dann haben sie mediale Präsenz, dann haben sie wahrscheinlich Geld, Einfluss und Publicity. Denn sie haben etwas gemacht, was eigentlich unter normalen Umständen, unter Anführungszeichen, unter bergsteigerischen Umständen, einfach fast unmöglich scheint. Jetzt werden aber die Umstände, die Parameter werden so lange angepasst, bis das, was unmöglich scheint, zumindest für die Bergsteiger, die auserwählt sind, diese Mission zu vollbringen, als möglich erkannt wird. Und das ist, glaube ich, das, was einen Lunagri von David Lama und einen K2 im Winter von den nepalesischen Sherpas voneinander unterscheidet. Am Ende zählt das Ergebnis. Der Lunagri ist kein besonders hoher Berg. Er ist nicht besonders groß, er schaut auch nicht besonders mächtig aus. Aber die technische Herausforderung war unfassbar und für eine Solo-Besteigung noch unglaublicher. David Lama hat es aber geschafft. Aber ich ziehe da gerne den Vergleich mit Kletterrouten. Ein Zuseher im Fernsehen kennt und er kennt den Unterschied zwischen einer Sportkletterroute 6b, Schwierigkeitsgrad 6b, und 8b nicht. Also der Durchschnitts Fernseh Zuseher, der jetzt kein alpin begeisterter Mensch ist, sondern sich einfach von den Eindrücken berieseln lässt. Die 6b erfordert aber vielleicht ein oder zwei Jahre Training im Klettersport. Die 8b fordert vielleicht fünf Jahre hartes Training. Und ich glaube, das ist der große Unterschied. Und ich glaube, das ist bei den Bergen K2 und Lunagri genau das Gleiche. Der K2 und der Lunagri, die schauen sich schon recht ähnlich. Aber der K2 hat eine 8 vorne stehen bei der Höhe und es wird überall ganz berühmt beschrieben, dass er noch nie im Winter bestiegen worden ist. Also es ist eine absolute Unmöglichkeit. Und ich sage eins, wenn der Winter wiederkommt und sich ein Bergsteiger, ein professioneller Bergsteiger, möge es ein Nepalese sein, vielleicht auch Simone Moro, wenn sich einer dieser Bergsteiger im Winter aufmacht, um den K2 im Alpinstil zu besteigen und der Tag wird vielleicht eines Tages kommen und vielleicht wird es erfolgreich sein, dann wird das wahrscheinlich kein Schwein interessieren. Es wird natürlich die Bergsteiger Szene faszinieren, also die Insider, die wenigen, die wirklich wissen, was das denn bedeutet, aber für großen Erfolg wird es nicht reichen. Und in einer Zeit, in der Erfolg an Klicks, Likes und Werberelevanz gemessen wird, ist genau das, aber alles. Das heißt, warum sollte jemand sein Leben am K2 im Winter riskieren, wenn er es so viel einfacher haben könnte, wenn er einfach mit Sauerstoff ausgestattet auf den Mount Everest gehen könnte oder auf den Broad Peak, wo alles so viel einfacher ist, mit einer großen Logistik und viel Expeditionsorganisation, denn die kriegt in den Medien sowieso keine Aufmerksamkeit, die wird sowieso ignoriert, es zählt nur das Ergebnis, es zählt nicht der Weg und würde man eine Skipiste auf den Broad Peak bauen, für einen Bergsteiger, so wie das am Mount Everest zum Beispiel mehr oder weniger der Fall ist, dann zählt letztlich trotzdem nur das Ergebnis, aber irgendwann in 50, 60, 70 Jahren, wenn die Alpen und die Himalaya Berge zugemüllt sind von Touristen und einer Regierung oder einer Organisation, die sich nicht dafür interessiert, dass der Müll weggebracht wird, sondern nur für den Kommerz und nur für die Verwertung von Permits und Co. Irgendwann dann wird auch das alles keine großartige Leistung mehr sein. Vielleicht sollten wir mal darüber nachdenken. Vielleicht sollten wir auch mal darüber nachdenken, ob Ich bin nicht einfach nur jemand, der sagt, es ist unfair, dass die da jetzt raufgekommen sind, weil ich bin nicht oben. Es geht um was ganz anderes. Ich denke, dass diese Expeditionen, die in einer so großen logistischen Herausforderung absolviert werden, ein großes ökologisches Problem hinterlassen, für das sich heute noch niemand interessiert. Oder glaubst du, dass morgen in der Zeitung stehen wird, dass am K2 jetzt unfassbar viel Müll liegt? Das wird kein Mensch interessieren. Und ob die Sherpas oder ob die Expeditionen im Allgemeinen so darauf schauen, dass der ganze Müll von dieser Expedition jetzt wieder mit nach Hause vielleicht bis ins Tal runter gerollt. Am Mount Everest ist es eigentlich fast noch etwas schlimmer. Da liegt nicht nur Müll, da liegen auch Leichen oben, die gut konserviert durch die Kälte da oben die Aussicht genießen. Aber warum macht man das? Warum ist alles egal? Okay, ich stelle jetzt eine offene Frage, oder eigentlich jetzt geschlossene Frage. Ist wirklich alles egal, wenn es nur darum geht, einen Berg zu besteigen? Würde mich interessieren. Seht ihr das so? Siehst du das so? Siehst du das so, dass jeder Berg zu jedem Preis bestiegen werden sollte? Egal warum und egal für was? Denn eins frage ich die Nepalesen selbst müssten das doch eigentlich verurteilen. Aber die Nepalesen sind glaube ich jetzt auch in einer bisschen zwiespältigen Situation, denn einerseits ist das sehr gute Werbung fürs Land, sehr gute Werbung für die Bergsteiger dort und so weiter, für die Sherpas, für die Tourismusindustrie und so weiter, aber andererseits widerspricht es doch den Ansätzen der Sherpas und es widerspricht auch den Ansätzen der nepalesischen Kultur, die selbst oftmals sagen, wir gehen nicht auf diese Berge oder wir wollen nicht auf den Gipfeln stehen und es erfüllt mich immer mit irgendwie einerseits es ist doch schwierig, ich finde das sehr schwierig und ich weiß, dass dieses Thema generell sehr kontrovers ist und ich weiß, dass ich dafür sehr viele Daumen runter kriegen werde, weil ich aber man sollte sich doch Gedanken darüber machen, ob es nicht besser gewesen wäre, den K2 noch 10 oder 15 Jahre so stehen zu lassen im Winter, so wie er jetzt ist, unbestiegen oder wie er bis vorgestern noch war, unbestiegen zu lassen und dafür in 15 Jahren dann eine erste Expedition im Alpin-Stil zu sehen, die es erfolgreich auf dem Gipfel des K2 im Winter schafft. Und es würde wahrscheinlich viele Leben kosten, bis wir dort angekommen sind. Der K2 hat bis heute viele Leben geopfert, ist einer der tödlichsten Berge der Welt und es hätte sicher noch viele weitere Leben gebraucht, bis der K2 im Winter erstmals bestiegen worden wäre von einer alpinistischen Herangehensweise. Aber die Bergsteiger, die das machen und die das machen wollen, die kennen das Risiko. Wir brauchen kein Mitleid mit denen zu haben. Ich verlange kein Mitleid mit irgendeinem Bergsteiger oder mit mir zu haben, der sich in eine gefährliche Situation bringt, denn wir machen das alle ganz bewusst. Und gerade der K2 ist sowieso bekannt dafür, dass man nicht immer eine Chance auf ein Wiederkommen oder auf ein Zurückkehren bekommt, egal ob Sommer oder Winter. Das bedeutet, wer es im Winter in einer alpinistischen Herangehensweise probieren möchte, der ist sich über die Konsequenzen bewusst. Aber derjenige, der es schafft, hat meiner Meinung nach, das ist alles nur meine Meinung und ihr könnt gerne ganz anderer Meinung sein und eine ganz andere Ansicht verfolgen. Aber der Alpinist, der es im Alpinstil schafft, den K2 im Winter zu besteigen, der hat meiner Meinung nach alpinistisch betrachtet die nicht ab und ich spreche ihnen diese Leistung nicht ab. Aber es ist nun mal was es ist. Es ist eine logistische Herausforderung und keine alpinistische Herausforderung. Und ich kenne die Schwierigkeiten am K2. Ich kenne alle Problemstellen. Ich habe viele Dokumentationen, ich habe ganze Bücher über den K2 gelesen. Ich kenne diesen Berg sehr sehr gut. Aber es ist trotzdem keine alpinistische Leistung, wenn ich all diese Herausforderungen und Probleme entschärfe. Wenn das Einzige was mich sorgt die Logistik ist und das Wetter. Das ist zu wenig für Alpinismus. Es ist genug für das Höhenbergsteigen der 50er und 60er und 70er Jahre, wie es eben betrieben wurde, als